Schweizer Volksinitiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit – Stopp-Impfpflicht Im September 2020 bei einem SRF-Rundschau-Talk zeigte sich der Schweizer Gesundheitsminister Anna Bechse offen für ein Impfobligatorium, zum Beispiel für Pflegende in Alters- und Pflegeheimen. Wenn das eine Pflegeperson nicht wolle, dann werde sie woanders arbeiten müssen, ohne Kontakt mit Senioren oder anderen gefährdeten Menschen. Laut Bechse sei das nicht dasselbe wie ein Impfzwang. Es wird keinen Zwang geben in dem Sinne, dass man Menschen gegen ihren Willen impfen lässt. Meint Bechse damit, dass es keinen direkten, wohl aber einen indirekten Impfzwang geben wird? Derartige Aussagen von höchsten Regierungskreisen zeigen, dass die am 1. Dezember 2020 von der Freiheitlichen Bewegung Schweiz, kurz FBS, lancierte eidgenössische Volksinitiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit – Stopp-Impfpflicht nötiger denn je ist. Im Initiativkomitee sind Menschen aus dem ganzen politischen Spektrum vertreten, darunter auch bekannte Persönlichkeiten wie etwa der Schauspieler und Kabarettist Marco Rima und die SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. Die FBS ist der Ansicht, dass jeder Mensch frei und ohne Angst selbst entscheiden kann, ob er sich impfen lassen will. Was in den Körper kommt, muss ohne Zwang und Repression für jeden Menschen frei entschieden werden können. Mit der Initiative will die FBS den Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit, Artikel 10 in der Bundesverfassung, mit folgenden Zusatz erweitern. Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person bedürfen deren Zustimmung. Die betroffene Person darf aufgrund der Verweigerung der Zustimmung weder bestraft werden, noch dürfen ihr soziale oder berufliche Nachteile erwachsen. Wer weder einen direkten noch indirekten Impfzwang in der Schweiz befürwortet, dem sei empfohlen, diese Volksinitiative zu verbreiten und mit seiner Unterschrift zu unterstützen. Unterschriftenbogen können Sie anfordern unter eingeblendetem Link. Untertitelung des ZDF für funk, 2017